Ja, im nächsten Video zeige ich euch doch mal die besten Übungen mit dem Gymstick. Ich liebe das Teil. Einfaches Prinzip, wir haben Widerstandsbänder, wir haben Schlaufen und wir haben einen Stick, den wir teilen können. Das heißt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, den könnt ihr überall mit hinnehmen und dann mit zu Hause trainieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.